Der letzte Sparfe heute bei diesem Weltcup. Er kann seinen Heim-Weltcup gewinnen, aber er braucht euch dafür, denn er weiß, die anderen sind richtig gut. Da oben kommt er, ich will euch hören, in den Worten. Hier ist Jürgen Bertsch! Wer wird gewinnen? Jürgen Bertsch oder Marco, oder ja? Wir schauen, wir wandern auf die Zeit. Einstirke, eine Trommel. Wir haben gewonnen!